Ja und damit herz, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Was hast du trinkt, Herr? Nichts, Herr. Nichts überhaupt. Warum hast du so strange? Ich meine nicht. Ich bin sorry für eine Offense. Wie hätte ich mich aufzendet? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich aufzendet die letzten Freunde. Und sie verraten meine Wagen aufgrund meiner Impudenz. Verraten deine Wagen für Backchat? Sie haben nicht meine Medikation, glaube ich. Ich war helfen, Leute. Und das war nicht populär? Ich war überraschend in der Wagen. Oder ich war zu coloreden. Oder ich war irritant in der Natur. Oder ich war ein bisschen weißer, großartiger, hier zu demeanen ein paar gute Leute von meinen schönen Worten. Die exacte Art von meinen Sins war eine source von irgendwelchen Konjunktur. Also, sie überraschend mich. Das ist nicht sehr nett. Das war meine Impression. Äh, das ist so ein Wunderheiler. Das ist so ein Wagen. Okay, danke. Ah, ich habe den Sheriff Stern gar nicht mehr an, Mann. Oh, man sieht auch keine Spuren. Ja gut, ich helfe dem Mann jetzt auch nur. Weil, ähm, weil er bestohlen worden ist, ne? Also, was er danach macht mit der Ware, ist mir egal. Ich hoffe, das gibt kein Minus. Denn ich möchte meine Ehre... Komm, da ist er. Oder? Nee, doch nicht. Denn ich möchte meine Ehre im guten Bereich behalten. Nicht im schlechten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich kann mir denken, wo die hinwollen. Die wollen zum, äh, Ehler. Ja. Oh nein, Sumpfgebiet. Ich schleiche mich am besten an. Ich bin ein Freund, äh, Ehler. You tell your friend, we're gonna pay him a... We've got the... Oops. Der müsste tot sein. Der auch. Dann ist er jetzt tot. Okay, come on, get you back to the dock. Okay. 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 Ja, solche Nebenmissionen sind einfach genial, wa? Ich mach die gerne. Oh nein. Komm. Lass doch. Alter. Junge, was ist bei dir schief? Ich kann nicht hinter mir schießen. Ich kann nicht hinter mir schiefen. Ich kann nicht hinter mir schiefen. Waffe wegstecken. Ich bin ja in der Stadt. Ich kann sie ja auch nicht mehr rausholen. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Und ich kann nicht mehr schiefen. Oh, du kennst das nicht. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja auch. Ich hoffe, es war kein Problem, war es? Nein, es war ein Freude. Ich gebe dir etwas für dein Freude. Ah, was wir hier haben? Ah, was ist das? Bevor man einen Mann hat, dann wird er gut für einen Tag. Wenn man einen machen kann, dann könnte er etwas besser machen. Ich werde sicher, dass ich das machen kann. Danke! Danke! Es geht nicht für etwas chronisch. Aber du kannst es nicht brauchen. Also, wenn du mich auf meine Reise, und du bist in need of etwas, sicher, dass du kommst und sagst Hallo. Reise ist sicher, jetzt. Oh. Okay. Ja, lief ja schon mal gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Geil. Haar-Tonica. So. Wir haben wieder neue Missionen, sehe ich gerade. Also mehrere Missionen. Da war gerade noch eine zweite, glaube ich, ne? Ne, ist doch nur eine. Okay. Lebt er eigentlich jetzt wieder? Wieder, wenn du etwas kaufen willst, dann ist es jetzt die Zeit, um zu klippen. Okay, was willst du? Lass uns mal schauen. Normalerweise könnte ich mir das hier holen, das hier. Ja, komm. Gut. Oh, ich habe gerade... Scheiße. Egal. Und das sollte gut sein. Was? Ach so. Oh. Er hat... Er hat in dem Moment geschlossen. Geil. Ja, genial. Oh, ne, wisst ihr was? Wir haben noch sechs Minuten Zeit. Sechs Minütchen Zeit haben wir noch. Hallo, ma'am. Ich liebe dich. Well now, the absent-traveler returns. This place is a local to the Bronx. Or has you forgotten all about us? Hey, this fella riding with those outlaws! True enough. I had friends to say now, big fella. My lucky day then. I thought I killed all you fools already. Handshaft? You're about to fly on this bar! You're gonna be committed to the earth! Say to LeMoyne, cocksucker! Sissy! So, okay. You ain't gonna survive the Raiders, you hear me? I will. Not this! Is that all you got? Oh, damn it! You're here! Leave me be! Ich hab nicht mal etwas verbrechenmäßiges getan. Und jetzt komme ich hier nicht mehr rein, oder was? Ja, super. Danke für nichts. Hey, partner. Hello, there. Why don't you stop the window shopping? Hi, folks. Well, hello, there. Hi. Hey, mister. Oh, hey. Looks like it could be a busy night. Hi, partner. Partner. Well, hello, there. Madam. Hi, there. Howdy. Howdy. Hello, gentlemen. Hello, sir. Hello, there. I've had better days, that's for sure. Hello. Hello. Get on your way. Ma'am. Well, hello, mister. Howdy, friend. Oh. Oh, Barkeeper, is he there now? Wait, you look a lot. No, don't listen to me. What? We had some trouble here with a couple of brothers, and you just have a look of one of them. Don't, don't mind me. Oh, I'm sorry to hear that. Okay. Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank.